Ginge recht schnell eigentlich. Und ich sollte auch gleich noch mal erteilen und pgw. Ach was. Ach. Nein, nein, nein. Ach, sonst bist du. Lolle. Hinter uns war noch einer. Der läuft da hinten. Wer läuft weg? Er ist tot. Jetzt kommen gleich wieder die... Okay, okay. Keine Bombe? Doch, die kommt nächstes. Ach so. Sieht also gleich aus. Nein, die schon mal knife dir mich nicht hier klein. So. Jetzt hast du noch rechte Maustaste. Äh... linke Maustaste. Ups, schon mal. Das war einfach hier. Granaten... ähm... Ach so, ich dachte von da noch nicht weiter. Jetzt kommen wir auch gleich durch. Ne, wir dürfen noch gar nicht weiter. Oh Gott. Oh, eine Sekunde. Diesmal ist es besser als das war. Von der Seite, hinter uns. Hab ihn. Gut. Auge neu ein. Wo ist noch einer? Hinter uns irgendwie. Da. Hab ihn. Komm. Ja, ich hab den noch ausgeschaltet. Let's get out of here. Go 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 go. Vor allem warum hilft uns die Polizei nicht von hier aus? Was sie sind aber nicht drauf haben. Reicht. Ich kann hier nicht rüberspringen. Nein, ich wollte gemessert. Fuck. Hier draußen stand einer rum. Und ich bin auch tot. Warum stand da auf einmal draußen einer? Gefällt mir nicht. Ja. Meinst du, wir kriegen das heute noch hin? In einer Viertelstunde? Joa. Das heißt, wir müssen es jetzt schaffen eigentlich. Wieso? Hat sich gemessert. Vollgranate. Arrfuck. Die Granate hat mich gerissen. Ja. Ach du Koffer. Das ist okay. Das ist okay. Okay. ist noch jemand in der bahn ja wieder wie soll er hat sich gemessert ich habe doch schon längst abgeschossen sich hinter mich gefordert du solltest mich wieder über den schnell hilfe ich werde abgeschossen ja 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 Aua von hinten! Ich wollte ge... Was der Zeit. Räumen erstmal. Jaaa. So, jetzt hier ist bei mir frei. Ist irgendwo noch einer? Ja. Noi. Der Buster wollte mich schon wieder besser an der auch. Jajaja, die knifen gerne. Naja, das ist doch so kleine Autoneifer. Ach, schon wieder die Polizisten. Dass man auch immer so schnell von denen auf die Fresse bekommt. Jaaa, Alter wird schon abgeschossen oder was? Lol, ich bin fast tot. Ich auch. Aber jetzt können wir durch. Entschuldigung. Trollalob. it's home Deutliches war nämlich eine Shotgun. So. Okay, jetzt brauchen wir echt. Ich darf nicht wieder sterben. Bisschen mehr Taktik. Ich sollte nicht in den Kopf schießen. Die holen mir einfach immer wieder Granaten. Komm da heraus. Die Shotgun ist cool. Ich mag sie. Das ist jetzt auch die M1014, ne? Keine Ahnung. Okay, nevermind. Durch. Haben wir es schon geschafft. Ja, durch. Aua. Egal. Die sind noch oben. Und unten. Au. Von hinten. Ah fuck, ich bin tot. Wo ist hier noch einer? Die haben direkt vor dir. Ja, hab ihn. Jetzt müssen wir glaube ich durch hier. Ja. Er war zuerst hinter so nem Pfeil als wir nicht sehen. Okay, wer du rechts? Ähm. Fuck. Es wird alles um. 3-, 2-, 2-, 1-, 1-, 1-, Done. Now it's done. Okay, doch. Achso, jetzt wieder. Okay. Ich muss einfach warten, ich muss einfach, ich glaube, man hat irgendwie ein, zwei Sekunden Reaktionszeit. Ähm, aufstellen. Okay, bitte. Wünsch, ich wünsche dir Glück. Jetzt habe ich. Pah, wow. Sehr gut. Hm, ist das der? Ich weiß nicht. Die ID bestätigen, ein Foto nehmen, kann sein. Das Bild. Wie du einfach mal die Ghost-Handschuhe anhast und ich auch. Von Colorful Team. Wo gucken wir hin? Wir gucken rein auf den Monitor. Okay. Okay, das war's wohl. Ja, das war, wir haben Entity Corp durch. Vielen Dank, Steve, du hast mitgespielt. Ja, das wäre gerne. Und wir werden bald wieder neue Multiplayer-Teile machen. Das auf jeden Fall. Ja, also, bis denn. Uh, ich bin jetzt noch fast mit...